Im Moment ist es auch die Zeit, dass ich es geniessen kann. Die ganzen Momente, die kommen, wieder aufsaugen. Ich wüsste, dass es auch wieder anders kommt, weil es immer ein bisschen Wechselspiel ist. Von daher ist es wirklich so, dass ich die Welle versuche, fertig zu surfen und alles Positive mitzunehmen. Ich denke erst, dass wir gewinnen. Schlussendlich ist es egal, wie. Aber natürlich ist es für uns auch so, dass wir in der Offensive sehr schönen Fussfall zeigen müssen. Schnell kombinieren, gute Lösungsansätze über Aussen, im Rücken der Abwehr spielen und viele Chancen erspielen und dann auch dementsprechend ein Goal erzielen. Ich denke, dann ist er zufrieden.